Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Wir sitzen auf einer Bank an einem Pfad hundert Meter unterhalb der Kuppe. Sie steht geschützt zwischen Bäumen und Gebüsch und falls uns Leute sehen, glauben sie wahrscheinlich nur, ich wäre leicht gager und redete mit meinem Hund. Der Fuchs sitzt auf meinem Schoß und reibt immer noch den Kopf an meinem Kinn. Langsam nervt mich das. Ich sage ihm, er soll aufhören. Magst du das nicht? Er hat eine hohe, leicht keuchende Stimme. Ich vermute, es ist eine Füchsin. In der Ausbildung hieß es, das würde die Kooperationsbereitschaft der Menschen fördern. Nur wenn du endlich damit aufhörst. Die Füchsin hört auf. Ich frage sie, wie sie heißt. Kompliziert, sagt sie. Lustiger Name, sage ich. Namen sind kompliziert, sagt sie. Aber du kannst mich Indigo nennen. Es ist jetzt wirklich Nacht, aber die Lichtverschmutzung reicht aus, um den Kinderspielplatz und die Leichtathletikbahn am Fuß des Hügels zu erkennen. Eine Overground fährt gerade in Gospel Oak Station ein und in der Gegenrichtung braust ein Rettungswagen mit stummblitzendem Blaulicht die Mansfield Road entlang zum Royal Free Hospital. Ich ertappe mich dabei, wie ich gedankenverloren Indigos weiches Nackenfell kraule. Es scheint ihr zu gefallen. Und, ähm, was willst du von mir, Indigo? frage ich. Ich soll dir ein paar wichtige Instruktionen geben. Sie streckt den Hals, damit ich sie an der Kehle kraulen kann. Solche sprechenden Füchse habe ich schon öfter getroffen. Sie sehen aus wie Wulpes-Wulpes, nur viel größer. Und dass sie sprechen können, bedeutet, ihre Kehle und Stimmbänder müssen anders gebaut sein. Und man kann lange Gespräche mit ihnen führen, was auf menschenähnliche Intelligenz hinweist. Obwohl, um gerecht zu sein, ich habe schon echt dumme Menschen getroffen, die auch gern lange Gespräche führten. Das beweist also noch gar nichts. Wer hat gesagt, dass du mir diese Instruktionen geben sollst, frage ich. Control. Und wer bitte ist Control? Das ist die, die mir Anweisungen gibt. Ist sie ein Fuchs? Na, ich würde mir wohl kaum von einer Katze was sagen lassen, oder? Okay, was sollst du mir also sagen, frage ich? Indigo regelt sich ein bisschen und reibt den Kopf an meiner Schulter. Hm, mach noch mal dieses Kraul-Dings. Also tue ich das. Und sie sagt mir, dass in oder um die Heide etwas wächst. Wächst? Was heißt das? Frage ich. Wie ein Baum, ein Tier, ein Pilz? Es ist ein Etwas, sagt Indigo. Es riecht nach nichts und man sieht es nicht, aber es ist ungut und macht etwas mit Menschen, jungen Menschen.